Ich hab halt ne Demo da gelangen für die PS3 Slim auf meiner und die heißt Euro43.com naja... Open, glaub ich und Kollegen haben gesagt, das sei cool und so und ich hab's aber auch da gelangen Das war ja so ne geile neue Grafik haben als Crysis 2 oder so, mal schauen und das ist glaub ich so ne Online Version naja, mal schauen was da drin steckt und leider nehm ich nur meine Handycom drauf aber man sieht alles und kochen sich so auch nicht zu ah Loading und in a full city game und ... ... ... ... ich habe noch nie, aber ich fühle mich gut so. Multiplayer Quick Match Fight the game Rush Operation Metro Mh, keine Ahnung was ihr machen soll, vielleicht schon zwei Minuten. Genau da bin ich, auf R1 schießt man, auf L1 geht man ran, auf R2 mit Granate, und auf L2 Granate, R2 Messer, nach links, rechts, rechts, wie hört man den Medi-Pack, unten und oben nicht, und den Analog-Pick linken bewegt man, und den rechten braucht man hier so. Ja, und dann kann man aufrufen, und momentan kann man dann reiten. Auf hier bläht man auf, lädt man nach, Kreis, keine Ahnung, und auf Dreieck kann man Wacken ändern, und wenn man L3 gedrückt hält, kann man halt rennen, und R3 kann man nicht ducken, oder kriechen, aber naja. Also die Grafik ist nicht so, äh, relativ gut. Ist das das hier? Ach, krass, krass. Oh, fuck, jemand hat mich gekillt. Nein. Wellhand, du Mixer. Also die Grafik ist nicht so, äh, gut. Ich glaube, wir sind hier auf dem Lappen. Oh, kass. Das war einer, wo, 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 wo? Ja, ich bin der so bei mir. Ah, wieder getötet, ey. Fickt euch doch. Aber wann hat das auch mit den Spielen da? Ja. 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 Ja, wo war denn das? Wo war denn das? Ja. Es hat hart, ich bin so fast liebens. Niemand, jemand, wo einer ist? Niemand, nicht? Ich sehe was, ich sehe was. Ja. 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 Ja, das war hinter mir. Okay, noch einmal, dann habe ich keinen Bock. Es geht weiter. Ich weiß nicht mal, ach nee. Das ist ein Grafik, man. Nee, ey, wo ist nicht hier? Hey! Gutei, Josh! Ja, ich soll hier nicht checken. Hier. Grafik. Da hat die für den Zug noch. Ah, das ist klar. Hier haben wir uns. Hier haben wir uns. Hier haben wir uns. Hier haben wir uns. So. Moment. Hier haben wir uns. Geschäft ist was! Böbe! Böbe! Scheiße, jetzt haben sie keinen Bock mehr. Sieht doch. Sieht doch. Nein, sieht kein Bock mehr. Sieht doch nicht mehr. Sieht doch nicht mehr. Sieht doch aus. Dann wird er raus. Also, Fazit zu dem Spiel, es ist nicht mein Ding. Und die Grafik, es geht, aber Spielspaß, ich hatte keinen, also doch ein bisschen Spielspaß schon, aber mehr nicht. Es gibt ja noch zu erzählen, hier sind die Demos, also, ich gehe mal kurz zur Battlefield rein. So gut ist die Demo. Hä, wo ist die Demo? Ja, ja, egal. Auf jeden Fall, das ist nicht mein Ding, aber wer es mag und so, die Grafik ist rechtlich. Da geht und... So, das war der Lukaspe, danke, dass ihr zugeschaut habt und... Hier steht doch Join Open the Grab of the View. Oh ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt, euer Lukaspe, kommentiert, abonniert und... Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.